Hallo Facebook und hallo YouTube, ich bin Freddy Fuchur und begrüße euch zu einem neuen Let's Play und zwar spielen wir The Stanley Parable. Es wurde mir von einem Kumpel empfohlen, dem Kaiser, herzlich gegrüßt seist du in diesem Moment, der gesagt hat, es wird jedes Mal anders sein. Viel hat er mir nicht erzählt, er hat nur gemeint, du musst es unbedingt mal spielen. Okay, alles klar, so viel wurde mir verraten, es gibt da einen Erzähler, der mir erzählt, was ich quasi mache oder vielleicht auch zu tun habe. Ganz genau verstehe ich es noch nicht so ganz. Und nachdem ich jetzt Alan Wake habe und mir quasi immer so ein bisschen die Geschichte vorerzählt wurde, entscheide ich mich jetzt einfach immer dafür, wenn es Möglichkeiten gibt, quasi der Geschichte zu entrinnen oder einfach anders zu gehen, als der Erzähler, das mir sagt. Dann werde ich das tun, um mal zu schauen, was passiert, denn ich möchte mir ja nicht immer alles vorschreiben lassen. Ihr wahrscheinlich genauso. Jetzt wollte ich nur noch mal kurz in den Einstellungen schauen, ob ich die Untertitel anhabe. Sonst wäre es ein bisschen blöd. Englisch ist zwar okay, kriege ich hin, aber wenn ich mich dann doch noch mal konzentrieren muss und alles, dann vielleicht ergeht mir zu viel. So, alles klar, lange geredet, viel Spaß mit die Stanley Parable. Wie ist es? Orders kamen zu ihm durch einen Monitor an seiner Desk, telling ihm was buttons zu push, wie lange sie sie zu pushen und in welcher Ordnung. Das ist was Employee 427 hat jeder Tag, jeden Monat, jeden Jahr. Und obwohl andere vielleicht auch es so wichtig haben, Stanley relischte jeden Moment, dass die Orders kamen. Als ob er sich genau für diesen Job gemacht hat. Und Stanley war glücklich. Und dann ein Tag, ein paar Mal etwas ganz wunderschönen hat sich, was, 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 dass Stanley nicht mehr so lange vergründet ist. Was, was, dass er niemals an der Stelle nicht hat. Er war bei seinem Desk für ungefähr eine Stunde, als er wusste, dass kein Einzeler der Monat auf dem Monitor für ihn zu folgen. Niemand hat sich gezeigt, um ihn zu informieren, zu telefonieren, oder sogar zu sagen, Hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley fand himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Und damit geht die Stanley Parable los. Wir sind also alleingelassen worden. Ruhige, der schnell. Okay. Wir haben fünf vor sechs. Ist das morgens oder abends? Okay, die Uhr tickt. Das ist auch nicht meine Uhrzeit. Falls ihr das dachtet. Gut, also wir befinden uns in unserem Büro und auf einmal sind alle verschwunden. Ich habe keine Anweisung mehr bekommen, obwohl ich hier immer jeden Tag denselben Kram machen musste. Wie lange ich das persönlich aushalten würde, weiß ich nicht. Stanley scheint es aber schon länger zu machen. Aber okay, jetzt hat er keine Anweisung mehr. Der Roboter bekommt keinen Input mehr. Und von daher ist es jetzt Zeit, aufzustehen und das Büro zu verlassen. Vielleicht finde ich ja noch jemanden. Ich bin gespannt und ihr wahrscheinlich auch. Okay, wir sollen... Es ist ja auch so ein 80er Jahre Modell. Es ist ja auch so ein 80er Jahre Modell. Wo man mit Grün noch alles eintippen konnte. Und ja, die Disketten doch sehr, sehr groß noch waren Disketten. Das kennt vielleicht der eine oder andere schon gar nicht mehr. Wahnsinn auf jeden Fall. So, hier. Aber ja. Ja, da könnten wir mal raus. Aber hier ist irgendwo... Da ist die Pflanze. Tolle Pflanze. Ein Ginkgo, so wie es aussieht. Oder? Mal schauen. Okay. Geht die Uhrzeit eigentlich mit? Werden wir beobachten. Nirgendwo ist jemand. Ich kann auch sonst nichts machen. Oh, das war ich. Jetzt habe ich die Tür geschlossen. Jetzt habe ich sie geöffnet. Ah, okay. Kapiert. Gut. Hier ist nichts los. Leute, mir ist langweilig. Springen kann ich auch nicht. Aber ducken kann ich nicht. Okay. Kann ich rennen. So. Ja, und das ist genau der Punkt, den ich meinte. Jetzt sagt mir der Erzähler, ich gehe links. Entscheide mich links zu gehen. Aber genau das möchte ich dann nicht tun. Sondern dann werden wir uns entscheiden, einfach rechts zu gehen. This was not the correct way to the meeting room and standing knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Geil. Okay. Schauen wir mal, ob das dem Erzähler irgendwann nicht mehr gefallen wird, dass ich ihn eigentlich quasi immer und immer ignorieren werde. Vielleicht auch nicht. Kommt immer. Ich weiß ja nicht, was auf uns zukommt. Vielleicht gibt es auch Momente, wo ich sage, ach, ich mache es vielleicht doch nochmal. Man weiß es nicht. Also von daher. Okay. 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 A room so utterly captivating, that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ah, da wird er ja schon. Schon böse. Ist ja gut. At this point, Stan's Obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible, that this is why everyone left. Okay. Okay. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Geil. Okay. Ich bin mal gespannt. Jetzt hat er gesagt, hier, zurück zum Business. Aber wir sind ja ein Depp. Und wollen nicht, dass man uns was vorschreibt. Stan, er war so schlecht at following directions. It's incredible, he wasn't fired years ago. Ach ja, geil. Bin ich gut. Ach ja. Du bist ein Depp, lass das. Folge meinen Anweisungen. Ich folge die Wand des Anweisungen. Ich gehe hin, wohin ich will. Geil. Folge dies. Wo zur Hölle sind wir hier? Oha. Ha, geil. Okay. Ah, okay. Oh, okay. Nein, das ist jemanden, den du überraschst hast, Stanley. Jemanden, den du überrascht hast. Bitte, stopp, zu versuchen, jede Entscheidung von dir selbst zu machen. Ich frage mich nicht, ich frage mich, ich frage mich für sie. Oha? Das ist es, Stanley. Deine Chance, dich zu retten. Deine Arbeit anzunehmen. Deine Arbeit in dein Leben zu lassen. Sie hat wartet. Wer ist sie? Nachher ist sie einfach nur eine Katze. Katze. Ne, mal schauen. Wir werden hartnäckig unsere Entscheidungen selber treffen. Ich möchte mir von dir da oben nichts erzählen lassen. Oha. Das ist sie, Stanley. Du musst das machen, das zu tun. Was ist, wenn ich es nicht tue? Wir warten. Wir ziehen einfach den Stecker. Oh, geil. Ich auch nicht. Let me double-check. No, es ist definitiv hier, clear as day. Stanley picks up the phone. Er ist zu sein Apartment, wo er seine Frau findet, und die beiden sich zu tun. Musik kommt, Fade to White, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you've made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third-world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense. And at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, My goodness, is it 4.30? I'm supposed to be having a back sack and crack. Ha, 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 ha. Übung. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least eight choices per day. Do you make more than eight? Less? Hmm. And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Okay. Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Ah, I will da aber nicht lang. Wir sind gespannt. Können wir hier nichts aufheben? Please. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Mal schauen, was die uns so zu sagen haben. Ah, wir gehen zurück. Okay. Ich will aber da lang. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Okay. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Okay. Ich will aber da rüber. Ich kann ja nicht springen. Ups. Ups, ups, ups. Jetzt wird mir aber ziemlich vorgeschrieben. Was ich zu tun habe, ich... Okay, okay. Gut, 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 gut. Lauf mir einfach zurück. Man möchte es ja so. Hallo? Hallo? Ich weiß, ich hätte die Zwiebeln und den Knoblauch nicht essen sollen, aber es war so gut. Almost there. You'll take the door on the left. Back to the correct ending. The story will have resolution once again and you'll be home free in the real world. Okay. Wenn du das so sagst. Ich will aber nicht. Ich habe den freien Willen. Ich bin doch keine Ameise. Ups, da habe ich kurz geschluckt auf. Geschluckt auf. All you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ihr wisst, was ich tue. Oh, guck mal. Hier ist ein bisschen was kaputt. Ist das wirklich Realität? Was sind das für Zahlen? Okay. Na gut. Keep dry. Na, okay. Hm. Hm. Okay. Na gut, du willst es so. So. Hallo? Hallo? Wo seid ihr? Ich werde nie wieder Zwiebeln und Knoblauch essen. Gebt es mir. Oh, it's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that you, my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone? Left here like so much garbage. It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How could I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to... I have to shut the game down. I have to... I have to... Nein, too. Ach, come. Du machst es doch gleich wieder an. Ich muss das doch kommen. Ich bin hier. Ich bin hier. Hier in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you. You're a child. Oh. My story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. ...behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Das war doch schon mal eine gelungene erste Folge. Wir haben dem Erzähler keinen Meter vertraut beziehungsweise zugehört. Haben einfach auch noch den Stecker des Telefons rausgezogen und ihn ignoriert und haben ihn anscheinend auch schon ein wenig wütend gemacht. Mal schauen, was er als nächstes so tun wird. Denn ich denke, ich werde ihm noch nicht folgen. Ich werde noch ein bisschen weiter experimentieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der ersten Folge zu diesem Let's Play Stanley Parable. Und wir sehen uns dann demnächst. Macht's gut.